Wir haben zwei Hände und zwei Füsche. Schauen wir uns die Hand an. An der Hand befinden sich fünf Finger. Das hier ist der Daumen. Das hier ist der Daumen. Und dieser hier ist der Zeigefinger. Dies hier ist der Mittelfinger. Dies hier ist der Mittelfinger. Dies hier ist der Mittelfinger. Und dieser hier ist der Ringfinger. Und dieser hier ist der Ringfinger. Und dieser hier ist der Ringfinger. Und schließlich ist dies der kleine Finger. Jetzt kennen Sie also die Namen Ihrer Finger. Jetzt kennen Sie auch so die Namen Ihrer Finger. Schauen wir uns nun den Fuß an. Am Fuß befinden sich fünf Zehen. Am Fuß befinden sich fünf Zehen. Am Fuß befinden sich fünf Zehen. Das ist der große Zehe. Das ist der große Zehe. Das ist der Zeigezehe. Das ist die Zeigezehe. Das ist der mittlere Zehe. Das ist der mittlere Zehe. Das ist der mittlere Zehe. Und das ist der Ringzehe. Und das ist der Ringzehe. Und das ist der Ringzehe. Und das ist der kleine Zehe. Und das ist der kleine Zehe. Und das ist der kleine Zehe. Jetzt kennen Sie auch so die Namen Ihrer Zehen. Jetzt kennen Sie auch so die Namen Ihrer Zehen. Jetzt kennen Sie auch so die Garage.